Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lass mich eine Geschichte erzählen von einem üblen Kerl, einem Mann, der seine Schulden nicht zahlt. Gut, Hexer, verrätst du mir, warum du dich in andere Leute Dinge einlöst? Du bist unsterblich? Es ist nicht so, wie die Leute denken. Nicht zu sterben bedeutet nicht, ewig voll und ganz zu leben. Ist das ein Fluch? Man sollte aufpassen, was man sich wünscht. Es gibt Konsequenzen. Du musst in die Schatzkammer gelangen. Brechen ein, nehmen, was wir brauchen. Kann ich auf dich zählen? Warum willst du die Dame des Hauses sehen? Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Versau es bloß, wie ich sie rumkriege? Sprecher Não 1 2 2 1 2 2 3 2 3